manche Sachen haben die sich einfallen lassen ist echt übel jetzt haben wir noch dann geht es an die haupt quest weiter dann habe ich nämlich alle ziele fertig alle aufträge bestimmt nach falle eigentlich meine am anfang fertig ist ja cool aber wenn du das tausendmal gemacht hast dann ist irgendwann mal echt nervig diese animation ja 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 o nee da wollen wir nicht lang aber ich bin immer mit Sieh an, was haben wir denn da? Bestimmt nicht echt. Sie könnte sich tausendfach aus der Stadt rauskaufen, wenn das ein Original wäre. Wo wohnt sie doch gleich nochmal? Hoppala. Da hab ich mich da leicht, aber wirklich nur ganz leicht erschrocken. Na dann. Der Klang ganz anders. Was? Euer Akzent verrutscht. Mist. Aber das ist Pferdehaar aus Illyria. Für die Show. Darbietung, Syrah. Darbietung ist alles. Ihr solltet das wissen. Seht euch doch an. Na? Na? Nicht? Ich hörte, ihr benötigt Hilfe. Ach, furchtbare Zeiten. Erst beschlagnahmt die Wache mein Schiff, dann schleichen Diebe an Bord und stehlen meine besten Attraktionen. Unbezahlbar, Syrah. Also eine neue Nummer? Nein, ich... Das heißt... Moment! Jetzt, wo ihr es sagt. Ihr wärt durchaus interessant. Die Damen mögen Leder. Das war keine Bewerbung. Ach so. Nun, dann könntet ihr meine Existenzgrundlage wiederherstellen. Was sagt ihr? Seid ein Kerl. Das erste, das mir fehlt, ist ein sprechender Schädel, der weiß sagen kann. Eine bemerkenswerte Kuriosität. Sagt mir, Freund, wollt ihr die Zukunft wissen? Lasst mich raten. Ich finde den Schädel und bekomme viel Geld. Ha, sehr gut, Syrah. Der Schädel selbst wäre beeindruckt. Viel ist vielleicht etwas übertrieben. Angemessen trifft es besser. Steht ihn den Schurken, die ihn mir gestohlen haben. Ausgleichende Gerechtigkeit. Na klar, machen wir doch. Oh, Sir. Ihr seid ein wahrer Ehrenmann und Gelehrter. Ein Streiter für das Schaugeschäft. Wo versteigert jemand ohne Moral einen kriminell erworbenen Weissagungsschädel? Das ist einfach. Auf dem Schwarzmarkt. Das hätte ich ihm auch sagen können. Ja, Leute, aber das werde ich jetzt wohl erst mal nicht machen. Weil... hm, wie soll ich sagen? Ich möchte ja auch mal weiterkommen. Wie? Außer es ist jetzt natürlich um die Ecke, aber sagen wir mal so, ich bezweifle es. Alter, diese Dreckswachen gehen bis auf die Eier. Du bist ein kompletter Idiot. Hä? Zwing mich nicht, dir nachzulaufen. Kommt die denn her? Kommt die denn her? Kommt die denn her? Also gut, dann zeig mal her. Was her zeigen? Das Orakel, du Truppenbold. Na ja, ich habe es nicht dabei. Man sollte Geschäfte nie mit den Händen machen, mit denen man isst. Es ist sicher verwahrt. Bei allen toten Göttern! Du hast bis zum Schlag des Glockenturms, um es herzubringen. Sonst kannst du dir einen anderen Käufer suchen. Hey, psst, psst. Wozu denn so ein Aufhebens? Ich bin ja schon unterwegs. Lenny, ich bestehle den Meister-Trunkenbold nicht zum ersten Mal. Also nochmal. Wie soll man eine Tür öffnen, wenn der Griff sich ständig bewegt? Ich brauche Feuer. Hä? Wer ist da? Ich sehe kaum was. Ich brauche bestimmt eine Brille. Ich bin's. Oh, toll. Lenny kommt zu mir. Der alte Trupp wieder vereint. Meine Fresse, wie lange ist das her? Na ja, also etwa drei Stunden, Lenny. Was? Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Stimmt's? Trinken wir auf alte Bekanntschaften oder bis die Flaschen leer sind? Die Pfeife ist aus. Jemand ein Streichholz? Schmeckt irgendwie seltsam. Pfff. Ist das Zeug alt? Nein. Da hast du bei deinem letzten Besuch reingepisst. Hahaha. Ich brauche Feuer, Jungs. Was ist hier los? Meine verdammte Pfeife brennt. Ich wollte Feuer, nicht die Apokalypse. Ich würde dieser dämliche Idiot gewesen sein. Sogar die rote Jenny würde umdrehen, wenn sie ihn kommen sieht. Ihr seid wohl beschäftigt und habt keine Zeit für den alten Lenny. Buh. Geh ich eben. Das Wetter schlägt um. Ich habe noch nie einen Betrunkenen mit Schwermut gesehen. Ich selbst hatte immer nur schwarze Zähne. Doktor, sag ich, Messer weg. Die stinken nicht schlimmer als sonst. Und dann sind sie von selber abgefallen. Sie hat nichts gekostet. Oh, Sir. Ihr ist kalt. Ich bin einsam wegen der Abregelung. Oh, der Rest. Rosi, Rosi, lass runter, dein Hosi. Hau ab, Lenny. Na, wie wär's, Rosi? Kleines Nümmerchen? Nicht mal, wenn der's da oben zum Gesetz erklärt. Ich kann nicht zahlen. Schreib's an. Du weißt, du kriegst dein Geld. Mach's mit nem Aal. Der ist nicht wählerisch. Hey, wer ist das neben dir? Deine Schwester? Stell uns einander vor. Alter. Voll mit dem Kuh. Du vertreibst meine echten Freier. Oh. Komm schon, wie wär's denn? Wie wär's jetzt? Jetzt? Rosi? Geh, 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 geh. Gä hee. Gä hee. Wo ist sie hin? Wenn du willst, dass ich sie bin, musst du mir nur in die Eier treten, wie sonst auch. Meine Seidenwäsche ist voller Scheiße. Lenny, Lenny. Hey, einige Mädchen würden berechnen, was ich mit dir mache, sobald ich hier raus bin. Jemand hat das Scheiß-Tor gestriegelt, das Scheiß-Tor verriegelt. Moment, vielleicht war ich das ja sogar selbst. Klettern geht nicht, nicht in diesen Schuhen. Ich könnte mir die Eier aufscheuern, die jucken schlimmer als nervöser Hautausschlag. Ich setz mich erst mal. Nein. 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 Alles ruhig, alles in Ordnung, Mutter Hauptmann, Sir. Hey! Ich bin's! Lenny! Mach auf, ja? Red leiser, verdammt! Oder sollen alle Gauner und Diebe wissen, dass wir hier sind? Am alten Lenny kommen die nicht vorbei. Außer sie steigen einfach über deinen versoffenen Knochensack drüber. Du kannst doch nur Pfeile aufhalten. Das ist nicht sehr freundlich. Aus dem Weg. Ich komme geschäftlich. Sehr wichtig. Was für eine Nacht. Ich muss was trinken. Lenny zu beschatten war nicht einfach. Aber er hat mich zu seiner Bande geführt. So hungrig. Lenny, wenn du keinen Käufer für den Mist findest, den du immer anschleppst, gehst du damit zu den Fischen. Aber ich kann nicht schwälen. Genau darum geht's ja, du Idiot. Alle Boote setzen fest und du klaust Sachen aus dem Zirkuswrack. Wer soll das denn kaufen? Das erinnert mich an deinen tollen Einbruch beim Tierpräparator. Wusstest du, dass ich mal wache bei Duke Thorburn war? Der Kerl hat ausgestopfte Sachen gesammelt. Einer hat mich mal überrascht. Hab ich abgestochen. Lenny, die Ware. Wie lautet dein Plan? Oh. Ja, 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 ja. Ich hab den Schädel an Robbie Pox unten bei Strapplers verkauft. Ich bin froh, dass er weg ist. Schädel. Kannst du dir vorstellen, dass wir alle einen guten Gesicht haben? Meine Güte, Lenny, du bist wirklich selten dämlich. Wie viel? Wie viel was? Geld, Lenny. Geld. Äh, du willst dir von mir Kleingeld borgen. Also, Bernie, es ist so. Ich bin im Moment überslammer. Das darf doch nicht wahr sein. Wie viel Geld hat Robbie Pox dir für den verdammten Schädel angeboten? Oh, viel Geld. Viel Geld. Hab's mit den Zähnen getestet. Ich hab mal auf ne Goldmünze gebissen. Ging direkt durch. Das Ding war aus. Lenny, ich schwör dir. Ich begrab dich in nem Loch und tanze darauf mit deiner Mutter. Wenn du nicht endlich aufpasst. Hey, red nicht so von meiner Mutter. Ich hab jemanden gesehen. Wer war das? Ach, verdammt, hier ist das nicht. Gute alte Mama. Sie konnte alle Männer im Dorf unter den Tisch trinken. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Was ist genug? Fertig. Was ist genug? Guck. Guck. Ach, wie wäre ich? Ich gebe. Benefisch. Schmerzen habe ich mich. Was ist genug? Okay. Ihr werdet treffen einen Fremden bald, groß, dunkel, gut aussehend, kalt. Tja, Zeit zum Abhauen. Ihr erobert eines hochgestellten Herz und erhaltet Reichtum ohne Schmerz. Um zu verstehen euch um die Welt, sucht nach Weisheit, nicht nach Geld. Lass euch nicht ein Humpel in der Hohle mit schwarzer Börse und Augen aus Kohl. Hey, habt ihr auf die Eindockt? Auftrag erledigt! Ja, das ist mir, Guy. Ja, das ist mir, Guy. In Riverside wimmelt es von Banden wie den Aalbeißern. Man tut gut daran, Ärger zu vermeiden und unauffällig zu sein. Eine karriere батumatüe, sondern bei Wikipedia ist mir, Wie sieh? Wie sieh? Für Chorus dinag규 비슷lich. Wie diese인가? Wie sieh? Wie sieh? Wie sieh? Wie sieh? Wie haben sich mit wenutominiert? Wie sieh? Fuck.